Herzlich Willkommen! Ich bin Zimmerer Meister, mein Gerhard. Du hast ein etwas älteres Ein- oder Zweifamilienhaus und dein Bauchgefühl sagt dir, du solltest etwas mit deinem Dach machen. Und insgeheim träumst du davon, dein Dach auszubauen. Oder du willst einfach neuen Wohnraum, weil du es mit deiner Familie noch gemütlicher haben willst. Weil du den Wert deines Hauses erhalten, ja sogar steigern möchtest. Doch du fragst dich, wen kann ich in mein Haus lassen? Wer behandelt mein Zuhause mit Respekt? Was ist, wenn es regnet? In dritter Generation haben wir in den letzten 80 Jahren mehr als 5000 Projekte verwirklicht. Was wir anfangen, bringen wir zu Ende. Schnellstmöglich hast du wieder ein Dach über dem Kopf. Glaube mir, erst wenn alle Fragen geklärt sind, wenn du das Gefühl hast, jetzt will ich loslegen, dann fällt der Startschuss. Vereinbar noch heute deinen ersten Kennenlerntermin und du bist schon einen Schritt näher an deinem neuen Dach. Wir sehen uns. Dein Maik. Wir sehen uns. Wir sehen uns.